So, hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge zum Thema Rhythmus. In der letzten Folge haben wir ja gelernt, dass man Rhythmus oder Schläge oder Viertel mit den Füßen laufen kann oder mit dem Kissen hin und her werfen kann. Aber wir haben noch nicht geübt zum Beispiel, dass man beides miteinander vermischen kann. Und das machen wir heute. Also quasi Füße und Hände nacheinander. Und los geht's. Und jetzt machen wir das mal. Das heißt Füße, Hand, Füße, Hand. Das funktioniert so. Ich zähle mit. Dann kann man sich auch merken, bei welcher Zahl man das macht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Machen wir es ruhig, alle zusammen. 1, 2, 3. Genau. 4. 1, 2, mit Musik, oder? 3, 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3. Super. Dankeschön. Wir können das Ganze doch auch umdrehen, dass wir auf die 1 des Kissen machen, dann den Fuß, wieder das Kissen und dann den anderen Fuß. bisschen kompliziert, aber probieren. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2. Und 1, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Perfekt. Super. Wir können doch auch beide Übungen nacheinander machen. Super Idee, Marius. So machen wir das. Du meinst doch, also mit dem Fuß geht es los, oder? Das war die erste Übung. 1, 2, 3, 4. Dann die vom Joke im Kissen los. Da muss man ja umschalten. 3, 4. Nochmal die erste. 1, 2, 3, 4. Dann das Kissen. 1, 2, 3, 4. Okay, dann machen wir es zusammen. Also, los geht's. Und... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wenn ich jetzt mein Kissen nicht dabei habe, dann könnte ich doch anstatt des Kissens auch in die Hände klatschen, oder? Ja. Probieren? Ja. Probieren. Machen wir die komplizierte Übung von vorhin nochmal. Fuß, klatschen, Fuß, klatschen und dann umgedreht. Okay, und... Wechsel. Jawohl. Wechsel. Teams. Klasse war das gerade mit den wechselnden Übungen. in dem klatschen. Jetzt besonders gut hat mir eigentlich auch noch da gefallen, dass die erste Übung so gut klang, weil man da auf 2 und 4 klatscht. Und das heißt ja in der Popmusik Backbeat, wenn man 2 und 4 betont. Und das machen wir jetzt gleich mal. Oder? Alle zusammen? Mit Musik? 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ey, da könnt mal, da könnt mal was drüber rappen vielleicht, oder? Sowas in der Art wie... Morgens früh um 6 kommt die kleine Hex. Morgens früh um 7 schält sie gelb in. Morgens früh um 8 wird der Kaffee gemacht. Was ich noch sagen muss, wir machen jetzt Schluss. Tschüss! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018